Versuch dich Versuch dich mehr rechts zu halten Sonst fahre ich kleine Sackgasse Bleib rechts Merci Langschen Langschen Ja Wenn du weg machst du komisch kannst du eigentlich relativ schnell fahren den trail es ist halt es sind halt so trails wie ich so gern hab war ein bissel knapp Servus 4 Stück Knochen oder ne 3 3 war doch nichts ja das war aber die Treppe wo ich gemeint hab oooohh denis ausbremser oooohh denis oooohh denis ausbremser ne da kann ja gestochen ha 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 oooohh blöder stock oooohh blöder stock blöder stock oooohh jetzt kommt das hässliche Abstück hier eigentlich Schwung mitnehmen dann gehts das ist so kacke wenn man die hinterradbremse zieht und es passiert einfach nix ausbremser eeeh das ist myline so oooohh das wäre der andere weg wo wir runter kommen werden am Wanderschild am 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 Wegweiser ok ok oooohh oooohh ich hab nen scheiss Bremsweg ich muss Lines nehmen die ich eigentlich nicht nehmen wollte weil die Bremswegung nicht ausreicht weil die Bremswegung nicht ausreicht ja mein Kabel ist ein bisschen ich muss gucken ich hab glaub ich irgendeinen scheiss direkt auf dem Bremsbeleg ja das ist das Problem das ist eigentlich mit ich hab meine Wolle aber ich muss momentan oh verpasst egal Bremswegung Bremswegung also mir ging eben so zwischen bisschen die Arschklammer weil ich die Bremswegung nicht hatte wo ich eigentlich gern hätte ja bap 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 ja ja meine hinderradbremse streikt eh gerade ein bissel also von daher tempo ein bissel runter ich muss unbedingt die bremse machen an dem rad da hätte ich auch die dache vorher mal dran denken können ja ich kenne das das rad hink jetzt fast 2h an der wand ich habe es ein paar mal auf die straße noch bewegt und das war es das war vollbremsung grad übrigens alter wenn die bremse nicht bremsen will ja also ich meine ich habe es zwar nicht gesehen aber sie ist mal noch hinten dran und der weg ist auch nicht gerade einfach wenn man nicht kennt oh neuer hochsitz das war vollbremsen oh heute ist trocken auch gut kopf einziehen ok ja 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 da war sie, die scheiß wurzel Achtung, Vollbremsung, Hinterrad, jetzt, ich muss vorne mitbremsen, Vollbremsung, Hinterrad, einfach, passiert einfach nichts, außer mir die Brems quietscht ich, letztes mal, ach du, ja gut, das ist, wenn du drauf hast, ist das dein Problem ich weiß, das ist eh nicht so ein Weg zum Ballern, das ist eher gemütlich und dann gucke ich, damit kein Wanderer entgegenkommt und vor allem, da hast du kein Bremswerk auf dem Hinterrad und vor allem, da habe ich kein Bremswerk auf dem Hinterrad Fussgänger Dankeschön, Zwischen kommt noch Dööö Ey, das macht eben so unsicher, wie die Hinterradbremse funktioniert Guck mal, voll gezogen Voll gezogen, Alter Ja Die hat mich auch saug gern neilegen, ne Das ist eine denkbar schlechte Idee zum Arbeiten, Flo Ich glaube, ich habe was verloren Ich glaube, ich habe was verloren Flo, ich glaube, das ist noch nicht auf dem Boden Nein, glaube ich auch nicht Moment, ich muss mal Ersatzteile suchen gehen Fuck, Alter Wie habe ich das eben gemacht? Ich kann auch noch mitgemacht, aber es war eine kleine Leistung Ah, da liegt schon mal ein Teil Alter Aber komplett zerflettert Ich glaube, hier Ich habe den Stärwisch, glaube ich Ich war zu weit rechts zu weit links und habe mit dem Schaltwerk den Stärk rasiert Naja Normalerweise reißen wir das Schaltauge ab Ja, der Cage ist auch ein Schwachpunkt Also ich meine, der hat ja auch schon ein bisschen was mitgemacht Ich glaube, das ist jetzt Schrott Also der Cage hat schon ein gebrochenes Schaltauge mitgemacht und diverse Verbiegungen Also das war nur eine Frage der Zeit, bis der Mol gekillt wird So, das hätte ich noch nicht schaffen, wenn es langsam gerissen war ist, ne Ähm, ja Ja Muss halt vorsichtig sein Also was das Rad schon mitgemacht hat Fuck ey Also meine Beschleunigung ist momentan etwas so groß Wie meine Bremswirkung am Hinterrad Ja, okay Ich hätte überhaupt nicht mehr drüber Ja Mein Rad hat keinen Bock mehr auf mich Boah Wie sollst du an den Bahnhof kommen Ja, ähm Vorne ist Clench und hinten ist Clench am besten, oder? Ach Der Tag hat sich gelohnt für mich heute, finde ich Aber Ich will nicht sagen produktiv Auf jeden Fall Aber konstru- äh destruktiv Ja Ja, ich würde das sagen pass auf Luft Aber ich habe auch eine Kette nieder dabei Ja Ja Oh Was hat das Boah Ganzes Schaltwerk auseinandergerissen Nein Vor der Endbrücke Der Baum Rechtsumdrauch vorbei Ich stehe ein bisschen zu weit links Und habe gelupft Und dann macht es PUTS Und dann sehe ich noch wie die Teile fliegen Ja, das sieht bei mir auch wie die Teile fliegen Also du verletzt, ich kaputt Ja, da war dein Macke